Herzlich Willkommen, ich mache das heute wieder auf Hochdeutsch, damit unsere Freunde draußen in der Welt, die auch Deutsch verstehen, da auch noch mithalten können bei dem Vortrag von heute zum Thema Insekten als Lebensmittel hier in der Stadtgärtnerei in Zürich. Wer war schon mal da von Ihnen? Doch schon, die meisten, die ich her, ja einige noch nicht. Neu umgebaut, dieses Jahr eröffnet mit einem grossen schönen Tropenhaus, mit interessanten Aussenanlagen, wo der Blumenschmuck der Stadt gezüchtet wird vor allem und die Installation Pilzgarage neben anderen Kunstgarten-Installationen hier interessant, um das mal anzuschauen, wenn man Zeit hat und nach Zürich kommt. Und irgendwo stecken bleibt, weil ein Flieger nicht gerade weitergeht von Lufthansa. Ja, vielleicht kurz zum Ablauf des Vortrags, wir werden uns befassen mit der Frage, warum überhaupt Insekten essen, was soll das? Welternährung, Klimaschutz, was hat das für einen Einfluss auf diese Frage? Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, welche Arten sollen wir denn überhaupt essen? Es gibt ja riesig viele Insekten, über eine Million Arten, schätzt man. Dann schauen wir das Lebensmittelgesetz der Schweiz an, da ist extrem viel im Moment in Bewegung. Ich habe gerade vor eineinhalb Stunden ein E-Mail erhalten vom Präsidenten der Assoziation Grimian. Das ist eine der Organisationen, die sich in der Schweiz für die Freigabe von Insekten auf Lebensmittel einsetzt. Und der hat die neuesten Erkenntnisse gleich jetzt hier aus dem E-Mail geschickt. Ich werde euch dann das so vorlesen, da seid ihr besser informiert als bei SRF und Radio 24. Lebensmittelgesetz. Wir schauen auch ein bisschen nach Europa, wie das da aussieht für Leute, die schon in den Startlöchern sind und gute kommerzielle Ideen haben, wie sie mit Insektenfood ein spannendes Leben machen können. Da muss man ein bisschen vorausplanen können. Wie lange geht das jetzt noch in Europa, bis denn das wirkliche stattfindet? Dann schauen wir die drei Arten an, die das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit mal vorgeschlagen hat im Entwurf des neuen Lebensmittelgesetzes. Der Mehlwurm, das Heimchen und die Wanderheuschrecke. Dann erzähle ich euch etwas über die drei Arten, die wir, das heisst eigentlich ich und Leute von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften gerne auf dieser Liste sehen in der Schweiz der essbaren Insekten und wir werden auch diskutieren, warum wir gerne diese Arten hätten. Ja, die Macht des Konsumenten, das seid ihr. Alle, die diese Szene fördern möchten, das fängt wie immer an der Basis an und wenn die Leute an der Basis merken, das ist was Gutes, das macht Sinn, dann wird die Bewegung auch mehr Schwung bekommen. Ganz kurz zu mir, wir sind ja hier in Zürich, vielleicht haben die einen oder anderen schon von mir gehört, alles was so ein bisschen über 30 ist, hat schon mal den Namen wahrscheinlich gehört. Ich habe ursprünglich Pädagogik studiert, Publizistik in Zürich, bin in Zürich aufgewachsen, habe dann Medienkarriere gemacht im Radio 24, Schweizer Fernsehen, bin dann da zum Glück noch rechtzeitig abgesprungen, 1990 in die Kunst gewechselt, habe eigentlich seit 25 Jahren nur Kunstprojekte gemacht und bin aber vor 15 Jahren in die Zucht von Pilzen reingeschlittert durch ein Kunstprojekt und dann über diese Pilzgeschichte auch in die Zucht von Käfern, weil Käfer holzfressen, das von Pilzen vorverdaut ist und dann über die Käfer zu den essbaren Insekten, weil 2013 ein Report der FAO erschienen ist, Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation und der Bericht hat mich so stark berührt, dass ich dann gedacht habe, da investiere ich jetzt noch einen Teil meines Restlebens, um zu helfen, diesen Switch irgendwie ein bisschen anzuschieben. Und ja, und seit hier bin ich jetzt daran, seit nicht mehr als zwei Jahren und bin sehr intensiv jetzt damit beschäftigt. Ein Teil davon kann ich jetzt auch ein bisschen weitergeben über den Skyfood-Kanal oder eben an Vorträgen, wie zum Beispiel hier. Ja, warum Insekten essen. Das ist eine Marktauslage in Bangkok, das sieht aber nicht nach Touristenstrasse hier aus, das ist wahrscheinlich einfach so ein Snack-Stand irgendwo an einer Strasse, wo auch die Einheimischen sich bedienen, wenn sie unterwegs sind und irgendeine Lust haben auf etwas Knuspriges und das ist eigentlich so der Snack in vielen asiatischen Ländern. Da wo wir dann zum Zweifel Bombschip-Stand gehen und so oder irgendwelche komische fabrizierte Crackers oder so konsumieren, da geht man dahin und isst verschiedene Insekten. Oder, das ist ja nicht nur in Asien so, Afrika natürlich auch, das ist, Afrika ist ein riesiger Kontinent, man unterschätzt die Waregrösse Afrikas immer enorm. Da gibt es ja hunderte von verschiedenen Arten von Insekten, die gegessen werden. Hier zum Beispiel wahrscheinlich der berühmteste essbare Insekt in Afrika, das ist der Mopane-Wurm, der ist übrigens, den habe ich lebendig hier mitgebracht. Das ist wahrscheinlich auch speziell hier in Europa, dass jemand die züchtet. Da vorne habt ihr dann einen lebendigen Mopane-Wurm noch, den wir versuchen nachzuzüchten. Ja, natürlich andere Produkte auch hier noch drauf, die man zum Teil gar nicht erkennt. Als Aussenstehender, der auf den Markt kommt, hat man keine Ahnung, was das jetzt ist. Und viele Tribes, die diese Raupen sammeln von den Bäumen, die haben natürlich für jede dieser Arten wieder eigene Namen, die wieder anders sind als der Name, der der andere Treib nebenan gibt. Das ist also recht verwirrlich, dann auch für Wissenschaftler herauszufinden, was sind denn das überhaupt für Insektenarten. Ja, und der Grund, warum man, der FAO hat dann gefragt, warum esst ihr Insekten? Das ist für die meisten Leute relativ klar. Zu Obers bei diesen Umfragen kommt immer die Antwort, weil es gut schmeckt. Wir haben ja das Gefühl, ja, das ist ein arme Leute-Food, oder? Das sind für diese zurückgebliebenen armen Negerlein, die sonst nichts zu essen haben, die greifen dann in ihrer Verzweiflung zu Insekten komplett falsch. Das ist eine Delikatesse. Wird auch oft teurer verkauft als normales Fleisch, also Hühnerfleisch. Diese Insektenauslage hier in Concan an einem grossen Silk-Festivalmarkt, das ist teurer als normales Hühnerfleisch dort. Es waren vorher Preise angeschrieben an 600 oder 100 Euro. Das weiss ich, ich kenne von den afrikanischen Marktsituationen diese Preise nicht, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Man muss auch wissen, welches Land, oder? Jedes Land hat ja da wieder seine eigene Werbung. Aber man kann davon ausgehen, dass es hochpreisige Delikatessen sind, Insekten. Und gar nicht, wie wir meinen, wir Westler, weil wir eine gewisse Entomophobie entwickelt haben, so eine Ab-, ja, oder die Stigmatisierung dieser Entomophobie des Essens von Insekten. Das ist etwas, was fast planmässig durchgeführt wurde in Europa, beim Übergang von den Urkulturen, also von den Urvölken, auch in Europa, Germanen, Kelten, aber auch von den Römern, die noch viele dieser Insekten gegessen haben, dann zu den Christen, zu den abendländisch-christlichen Gedanken. Gut, das kann man auch ein bisschen nachvollziehen in der Geschichte dann. Ähm, ja, das ist eigentlich eine Illustration, wahrscheinlich ist das aus einem Buch des 19. Jahrhunderts, aber es zeigt so eine Szene aus dem späten, ausgehenden Mittelalter, aber auch schon im Mittelalter selber. Der Bischof von Lausanne exkommuniziert die Maikäfer. Das heisst, in der Regel waren Insekten Schädlinge. Das waren mit dem Teufel verbündete Wesen. Das waren Strafen Gottes, so wie bei den Heuschrecken, die Plagen und so, Strafen Gottes für die Sündigkeit der Menschheit und so. Und das gab man diese absurde Situationen, dass tatsächlich in der Kirche die Maikäfer zum Tod verurteilt werden mussten, bevor man die alle umbringt. Weil sie sind ja auch Wesen der Schöpfung Gottes und so. Und dazu musste man den ganzen religiösen Prozess noch richtig durchspielen. Interessante Szene hier. Wahrscheinlich stattgefunden, so im 15. Jahrhundert. Der erste Entomologe in Europa, der ja wirklich als Urvater der Entomologie gilt, bei uns ist ja Ulisses Aldrovandi, das ist ein Bologneser Naturforscher 1673, ein grosses Werk herausgegeben über die Entomologie. Da fiel dann das langsam an, diese Welt der Insekten mal ganz sachlich anzuschauen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass damals schon die Seidenindustrie auch in Europa relativ wichtig war und das Interesse an den Insekten plötzlich von den reinen Schädlingen, die man vernichten musste, auch kippte in die Frage, ja die nützen uns ja auch etwas. Was machen denn die und wie leben denn die und so weiter. Aber bis 1850 hat man auch in Kochbüchern noch Rezepte gesehen für Maikäfersuppe. Ich habe zum Beispiel eins zu Hause, das ist ein grosses Buch aus Deutschland, ganz normales bürgerliches Kochbuch, da steht einfach unter Maikäfersuppe, wie man die zubereitet hat zum Essen. Und das ist ja auch etwas absolut Sinnvolles, weil die genialste Art der Insektenschädlingsbekämpfung bis zur Erfindung dieser chemischen Brutalkeulen, wo man alles damit vergiftet, war das Aufessen der Insekten. Das hat man ja auch dann ganz planmässig gemacht. Früher als Heuschreckenschwärme natürlich überall entstanden sind, wo es Getreideanbau gab, wo Landwirtschaft betrieben wurde. Nach dem Übergang von den Jägern und Zammlern dann zu den sesshaften Landwirten, da wurden dann eben die Insekten zur Plage. Weil für einen Jäger und Zammler sind Insekten eine willkommene Gabe, wenn man durch den Wald streift und die von da runter nimmt und isst. Das ist wie so eine Gabe der Schöpfung beim Vorbeigehen. Aber sobald man Landwirt wird, ändert der Charakter der Wahrnehmung der Insekten, weil sie da unsere Arbeit vernichten. Und dann hat man natürlich zuerst immer diese Insekten, meistens in einer Art Dorffest, ist man ausgeruckt und hat einfach all diese Insekten, die man fangen konnte, eingefangen und verspießen. Und das war nicht nur einfach ein Spiel, sondern das war auch ein wichtiger Teil der Ernährung dieser Leute. Auch heute noch weiss man, dass bei vielen sesshaften Völkern Mangelernährung entstanden ist, weil sie zu wenig Proteine hatten. Sie hatten zwar viele Grundnahrungsmittel, aber wenn dann die Population entstieg und auch das Wildbret mit der Zeit fehlte, hatten sie einen Mangel an Protein. Und gerade die Insekten waren da immer eine wichtige Quelle. In Afrika hat man auch Untersuchungen gemacht von der FAO. Man hat herausgefunden, dass Völker, die traditionell leben, mit Insekten als Nahrung, dass die einen viel besseren Gesundheitszustand haben, als die Leute aus demselben Treib, die aufgestiegen sind, in einer Art Mittelschicht, die dann westliche Esszitten angenommen haben. Die haben meistens Mangelernährungen dann und haben einen viel schlechteren Gesundheitszustand, als sozusagen die, die ganz traditionell noch leben, auch von Insektennahrung. Wir werden dann später noch daraus zurückkommen, was der wissenschaftliche Grund dafür ist. Das kann man ganz genau sagen, warum das eigentlich die bessere Ernährung war, diese traditionelle. Also das Einfangen der Insekten. Man sieht jetzt auch am Gesicht dieser Leute an, dass da eine gewisse Freude dabei mitspielt. Das ist Nahrung, das ist nicht einfach Schädlingsbekämpfung. Da freuen die sich schon darauf, dass das nachher etwas Knuspriges zum Essen gibt. Das war dann unser Bild. Das ist leider sehr schlechte Zeichnung, aber man kann ein bisschen ahnen, was die Ikonografie dieser Zeichnung ist. Das ist auch das selbe Bild wie mit den Heusrecken einfach bei den Christen. Gott straft mit einem Heer von Heusrecken die mit sündigen Menschen da unten und plagt sie mit so einem, ja, mit einer Strafe für ihre Boshaftigkeit und so. Das sollten da diese komischen Dinge, die da so wie eine Mischung zwischen Fischen und Fledermäusen, also sollten die Heusrecken sein aus einer Bibel, wahrscheinlich ein Buchdruck irgendwie 13., 14. Jahrhundert oder so. Strafe Gottes, Plage mit dem Teufel im Bunde. Das ist der Grund, warum weltweit der Konsum von Insekten zurückging. Weil selbst in afrikanischen Ländern, wo dann die Missionare einfielen mit ihren viel besseren und viel edleren Esssitten und so, da hat man den Leuten das eigentlich ausgetrieben, Insekten zu essen. Das war so wie ein Teil ihres zu überwindenden Heidentums, auf Insekten als Nahrung zu verzichten. Und mit der Zeit haben die Leute selber das Gefühl gehabt, sie essen was Böses oder Blödes, wenn sie Insekten gegessen haben. Und der Respekt und die Würdigung dieser Traditionen wurden auch in afrikanischen Ländern immer kleiner und geringer. Diese Stigmatisierung der Entomophagie, das ist eines der Hauptthemen auch in diesem Report, Edible Insects, Future Prospects for Food and Feed Security, 2013 von der FAO veröffentlicht, der Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation. In allen Sprachen, gratis kann man es downloaden, innerhalb von zwei Jahren sieben Millionen Downloads. Das ist wahrscheinlich das erfolgreichste wissenschaftliche Buch der letzten vielleicht 100 Jahre. Weil das ist eine unglaubliche Zahl von Downloads für diesen Report. Den kann ich jedem empfehlen, der ist sehr, sehr gut geschrieben, auch populär geschrieben. Da hat es nicht viele unnötige Details. Darin geht es direkt auf den Punkt, warum Insekten essen. Und die FAO analysiert mal zuerst die Situation weltweit mit unserer Art von Proteinernährung und kommt dann eigentlich zum einzig vernünftigen Schluss, wenn wir nicht schaffen, unsere Produktion von tierischen Eiweissen umzuwandeln in eine nachhaltigere, ressourcenschonendere, dann reicht unser Planet in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr, um das Bedürfnis der Menschen nach Fleisch zu decken. Und mich hat das extrem beeindruckt, dieser Report. Und ich habe dann wirklich in einer Nacht durchgelesen, wie ein Rausch, und ich habe dann gefunden, das ist das Thema, wo ich nochmal richtig so ein bisschen einsteigen will. Und mein Restleben hier noch ein bisschen investieren, um vielleicht etwas zu tun, auch gegen diese Stigmatisierung. Da haben wir von Gewerb, Pfui, primitiven Nägerchen, die das fressen und so. Das muss weg. Das ist etwas Destruktives letztlich für unseren Planeten. Da sieht man ein bisschen die Facts, oder? Das ist eigentlich relativ einfach nachzufolzen, das ist nicht etwas Neues, was man erzählt. Die Weltbevölkerung steigt und steigt, der Fleischkonsum steigt auch immer mehr mit der Weltbevölkerung zusammen, das ist ein exponentielles Wachstum. Heute werden 75% der weltweiten Kulturfläche für die Produktion von Futtermitteln verwendet. 75% aller Äcker nur für Futtermittel. Für Schweine, für Hühner, für Rinder, für Milchprodukte und so weiter. Einfach nur Futtermittel. Das Wasser wird knapp, weil die Produktion von Fleisch mit eigenwarmen Tieren, Schweinen, dadurch eine enorme Verschwendung von Wasserressourcen, ganz speziell in den Ländern, wo Wasser sowieso knapp ist, also in Afrika zum Beispiel. Andererseits haben wir eine Bewegung, die uns eigentlich Hoffnung macht. Vegetarismus und Veganismus ist aber ein schwieriges Thema. Es ist nicht so einfach, sich vernünftig zu ernähren, vegetarisch oder vegan. Ich mache das seit 25 Jahren, bin ich eigentlich Vegetarier, habe das gemacht, weil meine Frau Vegetarierin war. Am Anfang war so wie ein bisschen ein Liebesopfer, dass man dann auf den Fleischkonsum verzichtet. Aber sobald man das mal macht, merkt man nachher, nein, das ist kein Opfer, das ist ein massiver Gewinn an Vielfalt der Nahrung, die sich dann auftut, wenn man nicht immer nur auf Bombschips und Bomfritt und Schnitzel reduziert wird beim Essen. Mit dem Veganismus ebenfalls, das ist eigentlich eine grosse Hoffnung, dass die Leute dabei bleiben, die sich mal entschieden haben zu machen, dass man die Leute auch unterstützt bei einem recht komplizierten Bemühen, sich ausgewogen zu ernähren ohne Fleischprodukte und ohne Milchprodukte. Gerade bei uns Schweizer natürlich ist Milch und so ist ein Tabuthema, das abzuschaffen oder Käse. Ich meine, ich bin echt Hockenburger von den Urwurzeln her. Ich habe da auch ein paar schräge Gene, die verhindern, dass ich Veganismus wirklich durchziehen kann. Ich habe es auch schon mal zwei Monate probiert, aber es ist für mich jetzt nicht so einfach gewesen. Ja, und vielleicht, ich habe ja dann 2013 entschieden, wenn ich schon über essbare Insekten referiere und forsche und so, die auch alle zu probieren, alle. Ich finde, überall ist was gegessen wert und ich muss sagen, bis jetzt habe ich also noch nichts angetroffen, wo ich gesagt habe, nein, das passt mir nicht. Es ist eine Freude auch, Insekten zu essen. Ihr dürftet das gerne nachher mal auch selber aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Ihr könnt ihr mal vielleicht probieren. Hier habe ich die sogenannten Schnellzüge mitgebracht aus Thailand. Das sind die Raupen, die frittierten von dieser weissen Raupe hier. Die wurden frittiert und wenn sie unten so wie Rätchen haben auf Beine, sagt man dem der Schnellzug. Kann man öffnen. Wenn ihr mal versuchen, was zu probieren. Ist ein Snack. Ist natürlich so eingepackt in einer Dose. Das ist die Raupe von dem Schmetterling hier, von dem Samia Rizzini, der da herum flattert. Ja. Endomophagie. Das könnte man gut kombinieren mit Vegetarismus und Veganismus. Warum? Weil die Insekten viele der Stoffe enthalten, die bei der vegetarischen und veganen Ernährung eher Mangelstoffe sind. Das sind Eisen, Zink, das sind viele Vitamine der D- Gruppe, B-Gruppe usw. Die findet man in Insekten natürlicherweise. Und als Nahrungsergänzung für Vegetarier und Veganer wäre das wahrscheinlich noch eine interessante Kombination. Das Problem ist natürlich, dass viele Vegetarier und Veganer relativ strikt sind. Oder manchmal sagt man ja, das sind ja wie Sekten, die Vegetarier. Sektierer, die wollen kein Fleisch essen, die wollen besser sein als wir. Das stimmt natürlich alles gar nicht. Aber es wird natürlich von der Fleischindustrie auch ein bisschen so gesteuert. Ja, das wäre eine gute Alternative oder Zusatz zu Vegetarismus und Veganismus. So, was man hier sieht auf dieser Grafik, das ist die Effizienz verschiedener tierischer Nahrungsmittel. Was heisst Effizienz? Das heisst einfach, wie viel Anteil von einem solchen Tier kann man überhaupt? Ist es überhaupt essbar? Also von einer Rind ist 40 Prozent des Rinds Darm, Inhalte, Hörner, Knochen, Haufe, Fell, Blablabla. 40 Prozent davon. Knochen werden gegessen. Ja gut, aber das wird jetzt bei uns nicht hier in der westlichen Welt. Bei einem Schwein ist es etwa 55 Prozent, das sind übrigens alles Daten aus dem FAO-Report. Etwa 55 Prozent geht in die Nahrungskette. Beim Poulet auch etwa 55 Prozent, also knapp mehr als die Hälfte des Gewichts ist überhaupt essbar. Bei einem Cricket, das ist eine Grille, da rechnet man damit, dass es 80 Prozent essbar ist. Und eine Grille ist sogar noch sehr schlecht in ihrer Effizienz. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit dieser Raupe hier, die besteht nur also ultradünnen Haut rundherum, unter 1 Prozent des Gesamtgewichts, das heisst von so einer Raupe sind 99 Prozent essbar, ohne Abfall. Keine Knochen, keine Federn, keine Fell, gar nicht. Also extrem effizient im Vergleich zu den anderen tierischen Produkten. Was man auch immer sieht, dass eigentlich eines der Hauptgründe für unsere Klima, für unsere Klimaveränderung ist die Landwirtschaft und ist die Fleischproduktion. Nicht nur angefangen bei den Sojaplantagen mit ihrem enormen Energiebedarf, auch für den Anbau, für Dünger, für Spritzmittel, für Traktoren und so weiter, die nachher den Tieren verfüttert werden, sondern auch von den Tieren selber. Da sieht man zum Beispiel Ammoniumausstoss pro Kilo Gewichtsgewinn von verschiedenen Tieren. Beim Rind sieht das am schlechtesten aus, weil da natürlich dieser Mechanismus, um Gras und Zellulose aufzulösen mit diesem komplexen Aggregat von Mikroorganismen in den verschiedenen Mägen, das produziert eine Unmenge von Abgas in Anführungszeichen. Bei den Schweinen ebenfalls relativ hoch und bei den Insekten ist das praktisch fast nicht mehr messbar im Vergleich zu den anderen Tieren. Das heißt ja auch vom Klimaschutz her muss man sagen, jetzt Insekten sicher viel effizienter als andere Tiere. Methan, ja das ist natürlich auch so ein Problem, dass auch im Vergleich zu Schweinen beispielsweise und den Insekten. Da sieht man den Unterschied am Ausstoß von diesen Gasen bei der Produktion von diesen Fleischprodukten. Wie sieht das jetzt? Sind hier Geflügel drauf? Weisst du, wie das bei den Geflügelungen aussieht? Bei den Geflügel, Hühner. Ja das Problem ist natürlich, dass wir heute unsere Hühner werden mit Grundnahrungsmitteln des Menschen eigentlich gefüttert. Das sind Grundnahrungsmittel des Menschen, das sind Getreide, das sind Sojaproteine und so weiter. Das sind alles Dinge, die die Menschen auch essen könnten. Wir verfüttern eigentlich unseren Tieren eben die Grundnahrungsmittel des Menschen. Das ist eben bei den Insekten zum Teil anders, weil der Mopane-Wurm, der frisst hier Eiche, hast du schon mal Eiche gegessen? Auch nicht. Das ist Kirschlorbeere, das ist sogar eine giftige Pflanze, oder? Da sind keine Nahrungskonkurrenten des Menschen, die verwerten Sachen, die für uns gar nicht als Nahrung in Frage kommen. Und das wäre eine clevere Ressourcen-Nutzung. Dann könnten wir nämlich sehr, sehr viele Pflanzen, die für die Menschen gar nicht nützlich sind, mit den entsprechenden Insekten in hochwertige Nahrungsprodukte umwerten, sozusagen. Und das ist bei den Hühnern sicher nicht der Fall. Es ist ja heute sogar noch nicht einmal erlaubt, offiziell den Hühnern Insekten zu füttern, weil Insekten in der EU noch nicht als Futtermittel zugelassen sind. Das ist ja auch natürlich ein riesen Scherz, oder? Bei den Fischen ist ja eigentlich das Fischfutter dann erlaubt gewesen, obwohl ja Fische von Natur aus massenhaft Insekten essen, oder? Also Forellen und so, die essen ja nicht nur andere Fische, sondern die fressen auch kleine Insekten am Anfang, vor allem ihre Nahrungskette. Da sieht man den Preis von Fischmehl und Fischöl. Eins der Probleme ist auch, dass wir für die Ernährung unserer Nutztiere bis jetzt unsere Ozeane leer gefischt haben. Leer gefischt. Und zwar wirklich, das kann man sich die Massen, die wir da rausgeholt haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sieht man hier an der Preisentwicklung. Der Bedarf nach Proteinen für die Tierfütterung, für die Nutztierfütterung nimmt ständig zu und dadurch ist der Preis für diese Fischmehl und Fischöl in die Höhe geschnellt. Es ist fast unbezahlbar geworden für gewisse Produkte. Ich weiß zum Beispiel aus Thailand, wo sie Grillen füttern mit Junghennenfutter, wo es auch Fischmehl drin hat und so. Die Marge wird immer kleiner für diese Farmer, weil der Preis des Grundnahrungsmittels, also des Futters für diese Tiere immer teurer wird. Auch dafür müsste man eine Lösung finden und dafür könnte man eben Insekten auch verwenden. Wobei ich persönlich gesagt habe, ich arbeite nicht für Projekte, wo es um den Feedbereich und Futterbereich geht, weil das ist eine unnötige Verschwendung von hochwertigen Insektennahrungsnährmitteln. Also warum sollen wir zum Beispiel ein hochwertiges Insekt an einem Huhn verfüttern, wenn das Protein des Insekts besser ist, geeignet für den Menschen als das des Huhns, oder? Das ist eigentlich ein Unsinn, oder? Da möchte man andere Wege nehmen, um das zu überlegen, was man machen kann. Ja, das ist auch so eine Tabelle hier. Was wir hier sehen, ist eine Übersicht, das ist auch von diesem FV-Bericht, aber einfach gefragt, ja, wie viele von diesen Insektenarten werden denn überhaupt wo gegessen und wurden historisch dokumentiert, also schriftlich in Arbeiten, in Büchern und so weiter, hat man das gesehen. Natürlich Südamerika, da ist eine große Biodiversität, viele Insekten, Afrika auch, Asien natürlich, mit China, Indien, so, da Aborigines, da ist natürlich ein wichtiger Teil der Vielfalt von Insekten, die gegessen werden in Australien. Und dann, das ist ja eigentlich logisch, und natürlich da in Nordamerika, ein paar noch, da auch noch ein paar, äh, Deutschland ist gar nicht, Schweiss ist auch weiss, hä? Dann habe ich dann gefragt, den Paul van Tome, der ist einer der Senior Officer der FAU, warum ist jetzt da Mexiko so und warum ist gerade Kongo so, so, äh, viel? Und rundherum in Afrika, vergleichsweise wen, kann man sich gar nicht erklären, das ist ja wahrscheinlich ein Gebiet, wo das bekannt ist, hat er gesagt, ja, der Grund, dass das im Kongo zwei bis dreihundert Arten bekannt sind, ist ein Mann, das ist der Paul Wethand, das ist der hier, der das Buch geschrieben hat. Das war, ist ein Schottländer, der ist heute pensioniert, könnte mal herumgehen, der hat für die Heilsarmee 20 Jahre im Kongo gelebt und mit Eingeborenen zusammen einfach registriert, was essen die und wie sagen die den Insekten? Und was könnten das für Arten wissenschaftlich sein? Und das Buch hier ist der Grund, warum hier zwei bis dreihundert Arten bekannt sind, wegen einem einzigen Entomologen, der das so by the way während seiner Tätigkeit noch gemacht hat, da unten. Mexiko, genau gleich als eine Professorin, äh, die in Mexiko ganz gezielt Arten von Insekten, die gegessen wurden, äh, äh, aufgeschrieben hat und das dokumentiert hat. Und der Grund, warum das, ähm, die anderen Länder leer sind, ist nicht, dass dort keine Insekten gegessen werden, nein, im Gegenteil, da wird sicher noch viel, viel mehr zum Teil gegessen haben, da im Kongo, gerade hier in diesem tropischen Gürtel, es ist einfach niemand da, der das erforscht. Niemand. Weil das Nützlinge sind, mit denen man nicht Milliarden verdienen kann, mit Patenten, mit Insektiziden, wo Syngenta und Monsanto, wie die alle heissen, einfach, das ist kein Interesse da. Und unsere Forschungsindustrie ist heute unterdessen auch so kaputt, dass sie nur noch die Sachen erforscht, die der Wirtschaft dienen. Das ist das Hauptproblem. Und wenn nicht irgendein Wirtschaftspartner dabei ist, der eine Million, äh, reinschiebt in ein Projekt, dann findet ein Projekt gar nicht statt. Es kann noch so sinnvoll sein für die gesamte Menschheit, da findest du kein Rappengeld. Kein Rappen. Ähm, das ist der Grund, warum die Karte zum Teil noch so komisch aussieht. Aber es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass wenn einer sich entscheidet, da mal da runter zu gehen, dann kann er wirklich was Grosses bewegen. Das ist ja das Schöne eigentlich daran, he? Das finde ich das Schöne. Ich habe gemerkt, wenn man dann sagt, hey, wenn du da runter gehst, da. Was ist das? Das ist unten bei Kamerun, ist das was da? Äh, wie heißt der Fluss, der da rauskommt? Ja, ich kenne die Länder zum Teil auch nicht. Da, wo es weiss ich, das kann gar nicht sein. Bei Kamerun ist so eine riesen Vielfalt an essbaren Insekten, das weiss man schon. Und dass das Land nebendran weiss, hat nur der einzige Grund, da ist kein Wissenschaftler da runtergegangen, hat man gefragt. Das ist der einzige Grund für diese Karte. Ja, und man sieht gewisse Länder, über 300 verschiedene Arten. Die R.V. hat eine Liste herausgegeben, über 2000 Insektenarten draus, essbare, ähm, mit Namen und Gattungen bezeichnet. Alle, die man hier sieht, auch dieser grösste Hirschkäfer der Welt, dieser Prosopocoilus Giraffa, ist auf der Liste auch drauf, kann den mal so rum geben. Ihr dürft einfach nicht den, oben dürft ihn schon streicheln, aber unten bei den Krallen, wenn ihr da einhängt, ist ein bisschen problematisch. Auch der ist drauf auf der Liste, essbarer Insekten, ist natürlich ein wunderschönes Tier aus Indonesien, auf der Insel Lombok. Wenn wir weiter Fleisch produzieren, auf diese Weise wie heute, dann sind diese letzten Regenwälder, wo die Tiere leben, alle weg. Das sind alles Bewohner von Primärwäldern, diese ganzen schönen, grossen, spektakulären Insektenarten, die werden alle verschwinden, wenn wir es nicht schaffen, diesen Switch zu machen, so wie die R.V. uns das eigentlich da empfiehlt. Da sieht man eine Übersicht über die verschiedenen Gattungen und Ordnungen der Insekten hier betroffen sind. Das sind die Käfer, Choleoptera, das sind die meisten Gattungen und Familien der Insekten, die gegessen werden. Lepidoptera, das sind Schmetterlinge und Seidenspinner und so. Hymenoptera, das sind Hautflügler. Ja, und dann hat es eine Hemiptera, das sind alle diese verschiedenen Gattungen der Insekten, die eigentlich gegessen werden. Das geht das ganze Spektrum der Insektenarten durch. So, und jetzt zum Lebens... Also es würde eigentlich sagen, ja, ist ja logisch. Eigentlich macht das ja Sinn, Insekten essen. Also warum machen wir denn das jetzt nicht? In der Schweiz und in Europa ist das nicht erlebt, weil Insekten nicht als essbare Tiere gelten. Und jetzt hat es aber einen neuen Entwurf gegeben für das neue Schweizer Lebensmittelgesetz, am 20. Juni veröffentlicht. Da werden zum ersten Mal Insekten als essbare Tiere aufgenommen in diesen Entwurf für dieses neue Lebensmittelgesetz. Und es sind zum ersten Mal drei Arten von Insekten bezeichnet worden, die man eigentlich aufnehmen möchte in diese Liste. Das Heimchen, das ist eine kleine Grille. Der Mehlwurm, den kennt man wahrscheinlich von überall schon her, weil jeder schon mal in einer Zoohandlung war. Die europäische Wanderheuschrecken, Locusta, Migratore, ist einfach ein grosser Heugümpfer. Warum diese drei Arten? Ja, ich möchte es gleich mal ein bisschen brutal sagen. Das ist einfach deshalb, weil man die in jedem Zoohandlung kaufen kann. Das hat mit dem, was weltweit gegessen wird, eigentlich praktisch gar nichts zu tun. Heusrecken vielleicht schon noch, aber Mehlwurm zum Beispiel wird in Thailand nicht gegessen, lustigerweise. Ich habe den Mehlwurm in Thailand immer nur gesehen in den Zoohandlungen. Aber auf den Märkten siehst du alle anderen Insekten, aber nicht den Mehlwurm, lustigerweise. Heimchen ist eigentlich ein Haustier, ein Kulturfolger des Menschen, eine kleine Grille. Wird seit 20 Jahren in Thailand zwar relativ intensiv gezüchtet, vorher aber war das kein klassisches essbares Insekt. Dann hat aber das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit auch noch geschrieben, wir wollen nur Insekten aufnehmen als ganze Tiere. Warum? Sie wollen, dass der Konsument nicht getäuscht wird über die Herkunft der Proteine. Nicht, dass man jetzt einfach beginnt, irgendwie diese Tiere einfach alle durch den Fleischwolf zu drehen, Pulver draus zu machen und dann irgendwo noch in eine Wurst oder was rein zu mischen. Das will das Bundesamt nicht. Sie wollen, dass der Konsument weiss, dass er Insekten isst, dass man das als ganze Tiere macht. Das ist natürlich sehr umstritten in der Schweiz, vor allem bei so Start-ups, die dann moderne, verarbeitete Prozessfood-Sachen machen wollen, also Ravioli mit Insektenfüllung oder ich sage jetzt Hamburger oder andere irgendwie Extrakte und so. Für die ist das natürlich ein Problem, wenn man nur als ganze Tiere das anbieten darf. Und dann noch zwei, drei weitere Sachen, nämlich dass man sie eigentlich nur erhitzt und tiefgefroren anbieten darf. Die Hygienisierung ist natürlich für gewisse Insekten wichtig, weil sie zum Teil noch Darminhalt haben. Das heißt, Darminhalt heisst eben, wenn man eine Grille isst, isst man bis zu einem gewissen Grad auch noch das Futter mit, das die Grille gefressen hat. Und das muss man natürlich hygienisieren, vorher indem man das einfach abtötet. Aber es ist ein Problem, das zum Beispiel bei diesen Puppen nicht besteht, weil eine Puppe hat gar keinen Darminhalt mehr. Und diese Puppen, die fertigen Falter, dieser schöne Falter hier, der hat noch nicht mal mehr Mundwerkzeuge, um zu essen und zu trinken. Die schlüpfen aus, die leben fünf bis acht Tage, widmen sich Luft und Liebe und nachher geht man ins Jenseits und die nächste Generation ist dann auf der Erde an der Arbeit. Diese ganze Pracht ist so vergänglich, die haben nicht mal mehr Darminhalt. Das heisst, eigentlich wäre eine Puppe eine viel cleverere Form von Insekten. Deshalb weiss ich gar kein Problem mehr mit irgendeinem Darminhalt. Die Anhörungsfrist ist jetzt zu Ende gegangen. Ende Oktober konnte man sich äussern zu diesem Entwurf und das wurde auch gemacht. Im europäischen Raum hat die Europäische Food Safety Authority, EFSA, einen Bericht jetzt gemacht zu Handen der Europäischen Kommission. Der wurde jetzt auch veröffentlicht, dieser Bericht. Eigentlich von der Sache her muss man sagen, ist die Bewegung jetzt relativ pragmatisch und gut und praktisch angerollt. Die Leute haben sich ein bisschen zurückgenommen mit ihrer, ich sage es mal böse, Hygiene, Hysterie und haben begonnen, das ein bisschen vernünftig anzuschauen und sind dann auch auf die Idee gekommen zu sagen, wenn wir Insekten züchten, ist das comparable, ist das vergleichbar mit der Zucht von anderen Nutztieren, die wir nachher konsumieren. Das heisst, wir müssen auf die Hygiene schauen, wir müssen das Futter anschauen, dass man denen vorabreicht und so weiter und wie man die nachher zubereitet, wenn man die erntet. Der wird ganz aufmerksam zuhören hier, was wir da erzählen. Ja, froh, dass er so ein grosses Tier ist und geschont wird. Ähm, ja. Jetzt habe ich, für die, die es interessiert, ich habe jetzt gerade vor einigen Minuten, habe ich ein E-Mail bekommen, das möchte ich euch jetzt noch vorlesen, muss man sagen, ob ich das jetzt umschalten kann hier, damit ihr das mitverfolgen könnt. Ja. Jürgen Vogel hat mir geschrieben, der Jürgen Vogel ist der Präsident der Assoziation Grimiam, das ist in der Romandie eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Insekten auf den Tisch kommen in der Schweiz. Und in dieser Woche war extrem viel los in Sachen Anhörungstexte, die bekannter wurden. Und er hat jetzt heute noch einen Text verfasst, einen letzten Gedanken betrüglich Insekten, Europa und der Schweiz aus seiner Betrachtung, aber er hat einen sehr grossen Überblick. Die EU-Verordnung über neuartige Lebensmittel stellt zunächst fest, dass die jetzigen Produkte nicht vom Markt genommen werden müssen. Drei Ausrufezeichen. Das liest sich, als wenn die EU Insekten auf unsere Teller bringen will. In Holland und in Belgien sind nämlich bereits Insektenprodukte in den Shopping-Centers anzutreffen, nicht bewilligt natürlich von der EU, aber toleriert von den nationalen Regierungen. Und die Gefahr war ja, dass durch die Europäische Kommission irgendwann ein Verbot ausgesprochen wird, dass diese Produkte weg müssen. Das muss jetzt aber offenbar nicht passieren. Das heißt, die Insektenprodukte in diesen Ländern dürfen da bleiben. Und jetzt 20 Monate nach dem Zeitpunkt der Anwendung der neuen Vorschriften zu stellen. Das heißt, die Leute, die heute schon Produkte anbieten, müssen jetzt noch sozusagen im Nachhinein eine Bewilligung beantragen bei der EU. Innerhalb von zwei Jahren, sobald dieser Plan dann diese Verordnung in Kraft tritt. Er sagt natürlich, okay, die neue Verordnung wird vermutlich Januar nächstes Jahr. Das ist aber so eine Hypothese veröffentlicht werden. Es gibt noch verschiedene Daten, die da noch reinspielen. Und das also 24 Monate. Von da an müsste also das im ersten Januar 2018, müsste dann diese Frist beginnen. Und dann kann man nachher zwei Jahre lang Eingaben machen bis 2020 für die Zulassung von Insekten als Nahrung. Das ist mal der Plan. Das bedeutet, dass circa vier Jahre vergehen werden, bis die Genehmigung oder nicht Genehmigung als neuartiges Lebensmittel auf ein Produkt fallen wird. Unter der Annahme, dass diese Produkte schon ja dann, dann schon fünf Jahre auf dem Markt sind, ist es vermutlich so, dass die dann auch durchkommen, ist ein bisschen zusammengefasst dieser Text. Gibt dann auch so Möglichkeiten, noch Freistellungen von dieser Verordnung zu verlangen und so weiter, weil ja die Gegenstände schon viel länger eigentlich auf dem Markt sind als die Verordnung. Das ist dann auch noch so eine Frage. Und jetzt kommt das Wichtige für uns Schweizer. Die Frage, die eine Antwort erwartet, wird nun die Interpretation des BLV-Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen auf diese neuen Regelungen sein. Ist die Schweiz bereit, ein wichtiger Akteur und Wegbereiter der Innovation in neue Proteine zu sein? Oder wird die Schweiz abwarten und auf diese Weise den Zug verpassen, während im restlichen Europa die Unternehmen weiterhin Zuchtbetriebe aufbauen und die Verarbeitung und Vertrieb von Insektenprodukten in immer grösserem Stile betreiben? Beste Grüsse, Jürgen. Das finde ich super, was er da zusammengefasst hat und das habe ich auch jedes Mal in diesen Gesprächen mit den Verantwortlichen gemerkt. Man muss den Leuten doch auch in der Schweiz sagen, wenn ihr schon immer sagt, ihr seid so innovativ und ihr seid ein Innovations-Hotspot weltweit und blablabla. Da möchte ich doch jetzt auch mal einen Schritt vorwärts tun und schauen, dass diese ganze Forschung in diesem Bereich zum Laufen kommt. Dass nachher auch die Schweiz, wenn solche Produkte auf den Markt kommen, nachher auch davon indirekt profitieren können, dadurch, dass sie vielleicht Patente dann darauf haben auf gewisse Mischungen oder Extrakte oder irgendwas. Und wenn natürlich die Schweiz das verpasst, dann hat sie eine ganze neue Lebensmittel- und Landwirtschaftsbranche verpasst. Das ist dann nicht wenig. Wenn es vergleicht jetzt mit der bisherigen Landwirtschaft, die Fleisch produziert, wäre eine solche potenzielle Branche mit essbaren Insekten für die Landwirtschaft, für den Handel, für die Produktion, auch für die Pharmazie, mit Nahrungsergänzungsmitteln und, 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 was da alles kommen könnte. Wenn da die Schweiz jetzt das verpasst, dann hat sie einfach den Anschluss verpasst und eine ganze neue Branche, die im Westen entstehen wird. Und der Weg, hat man gemerkt, der ist jetzt offen. Es geht in diese Richtung und Insekten werden früher oder später auf den Teller kommen, ob sich die Schweizer jetzt da noch wehren oder nicht. Wobei ich also nicht gemerkt habe, dass die Schweizer sich wirklich aktiv wehren. Es ist sogar zu sagen, dass überhaupt das Bundesamt diese Insekten mal in einen Entwurf aufgenommen hat. Das ist schon recht mutig. Das waren also die Ersten hier in Europa, die das mal gemacht haben in solchen Entwurf. Das ist nicht einfach und das haben sie nicht leichtsinnig gemacht. Das haben sie bis zu einem gewissen Grad schweren Herzens auch gemacht, weil sie immer sagen, ja, es fehlt uns die Datenlage, bla bla bla. Wir wissen zu wenig. Das stimmt zwar auch nicht. Wir in Europa wissen zwar zu wenig über Insekten. Aber warum? Weil die ganze Fachliteratur als auf Mandarin chinesisch geschrieben ist oder thailändisch, oder? Und weil diese Literatur gar nie in Europa publiziert wird, weil es da keinen Markt gibt. Das ist ganz einfach. Aber alle die Fragen, die diese Wissenschaftler haben da in Europa, die sind schon hundertfach beantwortet, weil wir hervorragende Universitäten haben, auch in Asien, die traditionell schon, ja, ich meine, Scheidenindustrie, 6000 Jahre. Wie will da einer kommen und sagen, wir wissen noch nicht über die Zusammensetzung der Puppe von Bombix Mori. Das muss ein absoluter Ignorant sein, der so etwas sagt, oder? Weil das ist schon hundertfach untersucht worden, alle die Details dieser Tiere. Aber man nimmt zwar die dann nicht so zur Kenntnis, weil man dann auch die eigene Forschungsindustrie ein bisschen befeuern will mit ein paar Millionen für irgendwelche Forschungsprojekte, die anderenorts schon längst gemacht wurden. Das hat damit auch zu tun. Ich kann das ein bisschen sagen, weil ich nirgends so richtig dazugehöre, weder zu ZHAW, wo es ja auch so eine Forschungsmaschine sein sollte neben der Schule, oder ETH, wo jetzt dann eine Innovationsgruppe für essbare Insekten entsteht und so, mit der KTI, der Kommission für Technologie und Innovation in Bern, Teil der Eidgenossenschaft zur Förderung innovativer Projekte, da klemmt es. Weil wenn wir da weitermachen wollen, brauchen wir irgendwie Gelder für die Forschung, um unsere Projekte mit den sinnvolleren Insekten weiterzutreiben. Weil die erste Frage wäre natürlich zu wissen, ja, welche Insekten wären denn die besten? Aber nicht einfach die besten, weil man sie schon produziert seit 30 Jahren in der Petfood-Industrie in Europa für den Quali-Pet. Das ist doch keine Lösung für die Menschen, einfach in die Zoohandlungen zu gehen und sagen, das sind jetzt unsere zukünftigen essbaren Insekten, das ist einfach nur Quatsch, oder? Weil diese Insekten hier, Mehlwurm, warum hat man den als Tierfutter gezüchtet? Es gibt eine ganz, ganz einfache Lösung dafür. Der Mehlwurm hat einfach einen entscheidenden Vorteil. Wenn Tausende von diesen Larven übereinander in einer Büchse krabbeln, dann verpuppen die sich nie. Dann bleiben die monatelang haltbar als Larven. Und bei allen anderen Insekten, wenn du Fliegen hast und Maden oder Bienen, wenn es so ein bisschen warm macht, bumm, dann sind die verpuppt und dann kannst du sie nicht mehr brauchen zum Füttern. Das ist der einzige Grund, warum der Mehlwurm so berühmt ist bei uns in den Zoohandlungen. Er verpuppt sich nicht, oder er kann sich nicht verpuppen, wenn es over-crouset ist in der Büchse. Das heißt, der bleibt sozusagen monatelang dann erhalten und du kannst immer wieder einen rausnehmen und füttern, ohne dass du Angst hast, dass du nach so einem blöden Käfer rum, das ist ja der adulte Mehlkäfer hier und das ist die Puppe. Der Unterschied ist aber der, der fützt ja nicht nur Mehl, der heißt nur Mehlwurm, weil er natürlich auch dort vorkommt, so viele Nährstoffe sind, aber der frisst zum Teil auch andere Kollegen, der frisst andere Puppen, das ist auch einer, der von tierischer Nahrung ernährt. Das ist ein Darkling, ein Schwarzkäfer, das sind in der Regel Insekten, die Abfallstoffe von toten Tieren pflanzen, aber auch Exkremente von Tieren, also von Hühnern und so weiter fressen. Der hat immer Darminhalt, auch wenn du den mit Mehl fütterst oder so. Solange der nicht verpuppt ist, hat er einen Darminhalt. Nachher, wenn er verpuppt ist, hat er keinen mehr. Eigentlich die bessere Form der Ernährung für uns wäre nicht die Larve, die das Bundesamt sagt im Gesetz. Der Bundesamt sagt dann, erlaubt sind Tenebrio-Monitor im Larvenstadium, da müsste man diese Beamten mal fragen, ja, aber wieso kommt ihr auf diese schwache Idee, oder? Besser wäre doch die Puppe, oder? Zu erlauben, weil das hat, dann hat er das Problem mit den Fragen, ja, was machen wir jetzt mit dem Darminhalt, was hat denn das Tier da gefressen? Äh, was hat denn? Ja, wir hygienisieren es mal einfach, oder? Wir knallen es mal in einen Dampfkochtopf bei 120 Grad und kochen, machen wir einfach alles tot, oder? Und dann habe ich dann aber einer Veterinärmedizinerin der Uni geschrieben, ja, schon gut, Hygienisierung, aber du kannst Hundescheisse hygienisieren, es bleibt Hundescheisse, oder? Das hat zwar keine Bakterien und so mehr drin und keine Salmonellen, aber es ist immer noch nichts anderes als das, was es ist von den Inhaltsstoffen her. Und da kommt wahrscheinlich dann irgendwann mal noch so eine Welle, wo man sich plötzlich anfängt nachzudenken, darüber ist, war das wirklich klug, äh, diese Form. Für die Industrie, also für die verarbeitende Insektenindustrie wäre das natürlich ein wunderbares Tier, weil da gibt es bereits grosse industrielle Produktionsanlagen, eben für die ganze Petfood-Industrie, also Nahrungsmittel für Reptilien, für irgendwie Vögel oder Fische, oder was auch immer. Das heißt, die Produzenten dieser Industrie warten natürlich nur darauf, dass es jetzt losgeht, auch für die menschliche Ernährung, das ist ein Druck aus einem Bereich der Industrie, der jetzt einfach reindrückt, auch in diese Frage, welche Arten sollen wir da nehmen. Das Heimchen kommt eigentlich auch aus dieser Gattel, ist ein klassisches Petfood-Insekt, das man überall kaufen kann, jede Zoohandlung, zur Ernährung von Haustieren, eben Heidechsen, was man als Schlangen und was man alles hat, was solche Insekten frisst. Ja, besteht aber zu sechs bis zehn Prozent aus Chitin. Das ist ein sogenanntes hemimetaboles Insekt, das heißt, das macht kein Larven-Stadium, Puppen-Stadium, adultes Tier-Stadium durch, sondern das schlüpft eigentlich so als Mini-Heimchen aus dem Ei und in verschiedenen Nymphen-Stadien entwickelt es sich immer wieder weiter bis zum adulten Tier, das dann geschlechtsfähig ist. Besitzt aber wie gesagt sechs bis zehn Prozent sind immer Chitin, nämlich die Fühlerchen, die Eukchen, die Flügeldeckelchen, die Beinchen, die man noch wegnehmen muss und wegschmeissen muss zum Essen, weil sie sonst den Darm zerstören können und so weiter. Das heißt, es produziert so viel Abfall. Das ist gar nicht so effizient, wie wir eigentlich meinen. Oder sagen wir es anders. Wenn wir die Art nehmen, verlieren wir einen Teil der Effizienz, die wir uns eigentlich gerne erarbeitet hätten mit essbaren Insekten. Aber man kann die einfach züchten und wer die essen will, also merkt, werden die angeboten. Natürlich in Thailand, dort gibt es schon eine recht grosse Industrie. Wanderhäusrecke, das ist jetzt hier, diese hier. Vielleicht sind wir da schon mit dem biblischen Hintergrund, mit dem Johannes in der Wüste, der sich von Häusrecken und Honig ernährt hat. Wobei in der Wüste viel Honig wird es da wohl kaum haben, aber egal, irgendwoher haben die diese Informationen. Der hat wenigstens schon mal, das war ein Christ, oder? Der hat wenigstens schon mal Häusrecken gegessen. Ich sage koscher, auch in der jüdischen Tradition darf man Häusrecken essen. Es gibt genaue Vorschriften, die müssen, es steht dann da, die müssen vier Beine haben zum Stehen und zwei zum Springen. Dann darf man sie essen. Es gibt sogar so Berichte von Rabbis, die müssen so hoch springen können, dann kann man sie essen. Aber es sind erlebt in der christlichen, hebräisch-jüdischen, aber auch in der islamischen Tradition sind eigentlich Häusrecken erlebt als essbare Tiere für die Menschen. Und vielleicht haben wir deshalb immer das Gefühl, die Häusrecken wäre für uns vielleicht das Richtige. Obwohl ja das eine Plage Gottes war dann bei den Ägyptern. Ja, hier sieht man die Puppen übrigens dieser Seidenraupe hier, von diesem schönen Schmetterling, als Snack zubereitet. Da sieht man die Puppe im Seidencocon. Mit dem Cocon macht man Seiden, man spinnt die wie Baumwolle, die eine hervorragende Eri-Seide, ein bisschen andere Qualitäten hat als die normale Seide. Das ist ein Riesenkäfer aus Südamerika, das ist der Elefantenkäfer. Raupen werden bis 200 Gramm schwer, also wie eine Bratwurst. Und das Tier so manchmal bis 80, 100 Gramm als Puppe. Afrikanische Rosenkäfer sind alle auf der Liste der FAO drauf. Jetzt, bei den Projekten, bei denen ich beteiligt bin, zusammen mit der ZHW, wir haben uns ein paar so Gedanken gemacht, was wären für uns die Wunsch-Insekten. Also wir möchten eigentlich gerne, dass wir uns anlehnen an diesen FAO-Report und Rücksicht nehmen darauf, was die Zielrichtung ist der FAO bei diesem Switch von normaler Nahrung mit Fleischprodukten zu Insekten. Wichtig wäre, dass sie nachhaltig und effizient ihre Körperstoffe aufbauen, möglichst ohne Darminhalt, weil da bei uns irgendwie immer noch ein Restrisiko ist, dass wir dann indirekt eigentlich als Menschen das Futter der Tiere essen. Und wir dürfen ja nicht zum Beispiel, offiziell ist ja Katzen- und Hund-Hundefutter ja kein Nahrungsmittel für den Menschen, oder? Wir möchten ja verhindern, dass das in die Nahrungskette des Menschen kommt. Also auch der Darminhalt ein bisschen ein Problem. Keine Nahrungskonkurrenz zum Menschen, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht Insekten züchten wieder mit Grundnahrungsmitteln des Menschen. Nicht dem gleichen Blödsinn machen, den wir schon bei der traditionellen Fleischproduktion machen, nämlich unsere Grundnahrungsmittel der Menschen, den Tieren verfüttern, die wir nachher essen. Diese Verschwendung von Energie, von Aufwand, von Nährstoffen, von Ressourcen, das müssen wir irgendwie ändern können. Nur biologische Produktion. Wir möchten gerne von Anfang an eine Insektenproduktion machen, die Organik-zertifiziert ist, also als biologische Nahrungsmittel. Und Fairtrade. Wenn wir wieder im Handel machen mit solchen Ländern, die in Asien vor allem zu Hause sind, dass wir von Anfang an versuchen, mit dem höchstmöglichen Standard als Nahrungsmittel dann auf den Markt zu kommen. Dann wird auch die Wertschätzung für diese Produkte hoch bleiben. Und dann hat es noch einen Effekt zur Entstigmatisierung der Entomophagie in den Ländern, wo eigentlich traditionell das gemacht wird. Dann hören die nämlich zum ersten Mal, hat mir Paul von Tomei gesagt, ihr Schweizer, ihr seid extrem wichtig. Wenn irgendwo in Afrika jemand hört, dass die Schweizer jetzt beginnen, den Mopane-Wurm zu essen, dann steigt die Wertschätzung für den Mopane-Wurm dort unten. Weil dann plötzlich hat man das Gefühl, ja, die Schweiz hat für viele eine Vorbildfunktion auch, dann könnte die Wertschätzung für Insekten auch in den Ländern wieder steigen, wo sie jetzt zunehmend unter Druck der westlichen Ernährung kommen. Das wäre so ein wichtiger Teil. Und wir schlagen uns jetzt ab folgende drei Insekten vor. Die Bienenmade. Apis mellifera, die Honigbiene, ist ja das eigentlich fast am längsten halb-semi-kultivierte Insekt der Welt. Mehr als 8000 Jahre Zeichnungen, auch so in den Höhlen steinzeitlichen, vom Sammel der Bienenwaben. Wir meinen immer, man hätte nur den Honig gegessen. Das ist eine Lüge. Die Leute haben die ganze Wabe gegessen, mitsamt den Maden drin. Oder ein Bär, der ist nicht nur interessiert am Honig. Weil süsses Zeug hat es noch oft mal irgendwo in den Wäldern. Aber dieser ganze Saft mit Fett und Proteinen in diesen Raupen drin. Das ist der wirkliche Power in einem solchen Honigkuchen. In Anführungszeichen drin. Und wenn man dann nachher mal anschaut, was die für Inhaltsstoffe haben, dann wird euch das nachher klar sein, warum. Die Schweizer Imker, es sind 20.000, schneiden jedes Jahr 50 bis 100 Tonnen Maden der Drohnen aus ihren Stöcken raus und schmeissen die einfach weg. Auf den Abfall. Hochwertigste Nahrungsmittel für den Menschen, in Asien begehrt wie Kaviar bei uns und so, wird einfach weggeschmissen. Das wäre eine super Quelle für uns, um das in die Nahrungskette des Menschen zu bringen. Als zweites muss man sagen, ja, das wäre umso besser, weil in Kareien sind Lebensmittelbetriebe, die produzieren schon Lebensmittel, nämlich Honig werden kontrolliert, von Kanten an Labors und 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 und. Von daher haben wir schon eine komplette Kette für die Sicherstellung, dass Garantische Sauberkeit und Gesundheit dieser Lebensmittel gibt es bereits. Sie müssen die nur noch bei den Imkern holen, verarbeiten und dann verkaufen. Das wäre eine ganz einfache Geschichte, da sind wir auch dran. Malbeerseidenspinner. Da gibt es in der Schweiz schon 14 Produzenten, die wieder Seidenspinner züchten. Es gibt einen Verein Swiss Silk, da bin ich auch Mitglied, die haben angefangen, Malbeerbäume zu pflanzen und wieder Seidenraupen aufzuziehen. Das Problem ist, dass sie die Puppen wegschmeissen müssen, das man nicht mal als Tierfutter erlaubt. Hochwertigste Produkte aus einer Zuchtanlage, die nach so riesig hohen hygienischen Standards arbeiten muss, dass diese fragilen Tiere überhaupt überleben. Das wäre eine ganz einfache Quelle, um das in die Nahrungskette des Menschen zu bringen. Aber das wichtigste Problem, übrigens habe ich noch nicht gesagt, dass die Leute im Moment haben, ist die Windverfrachtung von Insektiziden auf ihre Malbeerplantagen. Da hat es zum Teil Bauern dabei, die auf biologischem Land ihre Maulbeerplantage machen. Aber wenn in drei, vier Kilometer Entfernung irgendeiner auf einer Obstplantage einen Schub kriegt und dort mit Insektiziden ausfährt und noch der Wind weht, dann kann das auf diese Maulbeerblätter kommen und dann sterben denen ganze Populationen ab. Ist jetzt mehrfach passiert, sodass sie sich schliesslich entscheiden mussten, die erste Generation vom Frühjahr überhaupt zu streichen. Weil sich das gar nicht mehr lohnt, weil die meisten dieser Population eh wegen der Verfrachtung von Insektiziden, von Obstanlagen drauf gehen. Was ist der Grund, dass wir hier mal als Tierfutter verwenden? Das ist einfach noch nicht reguliert in der EU. Das ist einfach eine Gesetzessache, die geändert werden muss. Und natürlich muss man dann auch wissen, wie werden dann diese Injekte hergestellt, die für Tierfutter dann zugelassen werden. Es geht dann auch um die Haltung, Zulassungen, Inhaltsstoffe, Kontrollen und so weiter. Und der dritte Tier ist Amiarizini. Das ist das hier. Das könnt ihr da auch mal anschauen. Das ist das Tier aus Thailand. Das ist dieser schöne Falter hier. Wir können ja da einen gleich mal wegnehmen und da hinsetzen. Dann seht ihr auch, wie der schöne St. Mitterling aussieht. Seit mehreren tausend Jahren domestiziertes Insekt. Ein reines Nutztier. Kommt nirgends weltweit vor in wilden Populationen, sondern nur in Hilfe oder Pflege des Menschen überhaupt überlebensfähig. Wir können ja gleich noch ein bisschen genau da anschauen. Das sind diese Bienendronenmaden. Ich habe dir gedacht, etwa 50 bis 100 Tonnen davon werden jedes Jahr weggeschmissen. Man muss als Erdeprozess natürlich diese Maden trennen vom Wachs und nachher kann man die zubereiten. Es gibt so eine Köstlichkeit in Japan. Hachinoko. Das heisst eigentlich Kind der Biene. Das ist das gemeint mit Sojasauce, Kokos. Das schmeckt ausgezeichnet. Ich mache eine Wette. Wir finden keinen, der das nicht gut findet. Ausgezeichnetes Produkt haben wir auch gekocht. Mehrmals schon in der Hartturmbrache. Den Leuten angeboten. Kinder sind riesen Fan davon. Die wollten nicht mehr aufhören, die zu essen. Die sind ein bisschen süsslich. Man kann die Knutschprig dann machen. Man kann die mit ein bisschen Honig machen. Das schmeckt hervorragend. Das ist der Ueli Ramsey, Präsident von Swiss Silk in seiner Maulbär-Plantage in Hinterkappeln. Das ist ein Zuchtraum hier. Da auf diesen Plastikstäbeligeln haben sich die Bombix-More verpuppt. Auch da in diesen Kartonkästen drin sind die Gaugans des Maulbär-Spinners, die nachher abgehaspelt werden zur Seite. Und die Puppen nachher auf dem Müll landen. Das heisst, es gibt eigentlich in der Weltweit drei komplett domestizierte Insektenarten. Man muss sich das nochmal bewusst machen. Das heisst, komplett domestiziert. Das sind Insekten, die es überhaupt nur noch gibt wegen den Menschen. Weil jemand die züchtet. Die sind in Natur nicht überlebensfähig. Die sterben da sofort blitzartig aus. Seidenspinners. Klar, das ist eine 5000-jährige Geschichte der Zucht. Die können nicht mal fliegen. Da drin sind sie übrigens. Können Sie mal herumgeben. Da ist lebendige Seidenspinner drin. Und der Eichen- oder Tussa-Seidenspinner Anterea perni. Vor allem aus China. Der ist auch nur noch im Pflege des Menschen überhaupt überlebensfähig. Das sind drei domestizierte Arten. Noch vielleicht zu diesem Tier, das jetzt darum gegeben wird. Samia Rizzini wurde 1856 schon in Europa eingeführt. Nach dem Niedergang der Seidenspinner-Zucht. Wegen einer Krankheit wurde der sozusagen als Ersatz für Bombix Mori gebracht. Diese Seidenindustrie ist aber zu Ende gegangen. Ohne Resultate. Das heißt also, es ist ein Tier, das schon mal in Europa war. Vor 150 Jahren im Anschluss an die Seidenzeit. Heute weltweit gezüchtet. Indien, Thailand, China, Südamerika. Da sieht man ein Bild von den beiden Professoren, die mir diese Tiere mitgegeben haben. Letztes Jahr im Dezember. Dr. Verosak und Dr. Sivillai. Das ist ein Zuchtraum hier, wo die Tiere Cassava-Blätter essen. Wo dann die gelblichen, die sich vorbereiten, auf die Verpuppung gepflückt werden. Und dann hier gesetzt werden auf solche Räder zur Verpuppung. Wir haben dann ein Zuchtprojekt gemacht im Dezember. Wir haben die erste Generation gezüchtet mit Brunus, mit Brunus, Lauroceras, mit der Kirschlorbeere und mit Ligustrum. Hervorragend gewachsen. Das war der Start unserer Zucht jetzt hier in der Schweiz. Wir haben das in der ZW in Gewächshäusern dann gemacht. Und in der Hart und Brache in Zürich haben wir einen Freilandanbau gemacht im Sommer. Wir haben einfach den Ligusterbusch eingepackt in ein Netz. Das sind sogenannte Einbindsäcke für die Schmetterlingszucht. Und haben da 50 bis 100 Raupen reingegeben. Und dann mussten wir die nicht mal mehr füttern. Wir mussten nur warten, bis sie sich verpuppen. Und das hat also geklappt. Das Resultat ist, dass wir hier sehen, Generationsdauer 70 bis 80 Tage. Das heißt, wir können fünf Generationen züchten pro Jahr dieses Tieres. Temperaturen sind sehr unempfindlich zwischen 12 und 38 Grad. Größe Gewicht wie in Thailand. Eine Puppe etwa zwei Gramm. Neophyten werden gefressen. Oder wir haben ja heute diese Neophyten-Hysterie. Ich habe vielleicht diese Zeichnung auch gesehen, wo ein Bauer mit der Schaufel im Garten steht. Und da kommt hinten landet ein Ufer und da kommt so ein Monster raus. So ein grausames Tier und so. Und dann fragt das Monster den Gärtner, hast du keine Angst vor mir? Dann sagt er, nein, ich habe nur Angst vor Neophyten. Neophyten kann man auch nutzen. Weil wenn plötzlich Kirschlorbeere eine Nutzpflanze wird, weil wir damit Nahrungsmittel produzieren können, dann kehrt sich plötzlich auch das Bewusstsein in der Betrachtung dieser Pflanze wieder. Es ist echt noch lustig, was dann das alles abgeht. Ja, Ligustrum auch. Kaum Unterschiede zwischen Ligustrum, robuste, vitale Zuchtsorte können Sie heute oder morgen damit anfangen. Wir haben zu Hause Proben analysiert, alles Mögliche haben wir analysiert. Das sind ein bisschen Übersichtsdaten davon. Das ist von diesem Eris-Eidenraube, dieser weissen, von Bienenmaden und von den Bombix-Puppen, die wir von Ueli Ramsey gekriegt haben. Das ist als Vergleich der Mehlwurm noch hier getrocknet. Da sieht man dann dieses Spektrum, 14% von den frischen Puppen. Das sind nicht getrocknet, das ist frisches Material. Wasseranteil natürlich am Anfang hoch. Und wenn man es trocknet, das ist vielleicht die bessere Grafik da unten. 50% in der Trockenmasse, 50% Eiweiss, 30% Fett, 18% Faser. Biene, 40% Eiweiss, 50% Fett, Bombix-Mori, eigentlich ziemlich ähnlich. Da hat es jetzt ein bisschen weniger Fett beim Mehlwurm als bei den anderen Arten. Wenn man dann noch schaut, bei den Stoffen, die eigentlich in der heutigen Nahrung, gemäss WHO, Weltgesundheitsorganisation, Mangelstoffe sind, am meisten in der westlichen Ernährung, nämlich Eisen und Zink, sieht man hier, dass in 100 Gramm Trockenmasse, gemäss den Untersuchungen, die wir gemacht haben mit unseren selber gezüchteten Insekten, mit in 100 Gramm Trockenmasse findet man 3,3 Milligramm Eisen. Bei Samiarizine deckt 110% des Tagesbedarfs des Menschen. Oder Zink 15 Milligramm, 187% nach Tabellen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ja, ganz ähnlich hier bei Bienen und bei Bombix-Mori. Oder Omega-3-Fettsäuren, eine riesige Menge, fast alles ist Omega-3-Fettsäuren in diesen Insekten drin. Weit 100 Gramm Insekten, getrocknet, reicht für den gesamten Bedarf der Menschen an Eisen, Zink, Omega-3-Fettsäuren und erst noch aller essentieller Aminosäuren, das sind nämlich die, die wir hier sehen. Wir haben ja gewisse essentielle Aminosäuren, das sind nämlich die, die wir nicht selber produzieren können, müssen wir durch Nahrung zu uns nehmen. Das ist die Tabelle dieser Aminosäuren, das ist der Tagesbedarf hier und das ist die Menge, die wir gefunden haben in Samiarizine, das ist das weisse Insekt hier. Und das ist die Frage, wie gut ist der Tagesbedarf bei diesen essentiellen Aminosäuren in 100 Gramm gedeckt. Mit Ausnahme von drei essentiellen Aminosäuren, die nur knapp nicht erreicht werden, werden alle übertroffen. Also ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel für den Menschen, da muss niemand mehr kommen und sagen, wir brauchen noch Wurst zu essen. Heute ist ja Wurst eher nach WHO, neben Tabak und Asbest auf der Liste krebserregender Stoffe aufgeführt. Jetzt sind sie zwar ein bisschen zurückgerudert, weil die Fleischindustrie jetzt langsam losgelegt hat, aber es bleibt natürlich dabei. Dieses Natriumsalz, das Salpetersäure, verursacht im Menschen durch den Metabolismus Nitrosamine, die krebserregend sind. Und das wollte die WHO eigentlich sagen, dass das eine echte Gefährdung der Gesundheit unserer Weltbevölkerung ist. Und jetzt, mal schauen, ob sie dann ganz zurückrudern nach Anschluss. War schon mutig, das überhaupt zu sagen. Ja, das war eine Pizza, die wir gemacht haben, auf der Hart und Brache, Lolo, habt ihr zubereitet. Wir haben einfach Puppen, frische Puppen, frittiert, ein bisschen gewürzt und auf die Pizza draufgelegt haben. Ja, Pizza Setta, Setta ist ja Seide, auf Italienisch klingt auch noch interessant. Wir haben eigentlich gesagt Insektenfood oder irgend sowas, wir haben gesagt Skyfood. Das ist für uns die Bezeichnung für essbare Insekten. Die Insekten waren die ersten Tiere, die Fliegel konnten auf dem Planeten Erde, schon 100 Millionen Jahre vor den ersten Flugsauriern. Deshalb Skyfood, Nahrung vom Himmel. Das klingt ein bisschen unverfänglicher und ist noch ähnlich wie Seafood, nämlich Nahrung aus dem Meer. Und ich habe mir gute Erfahrungen gemacht damit, dass wir das Wort Insekt, was historisch belastet ist, als Scheidling, dass wir das ein bisschen umschiffen mit diesem Begriff hier. Vielleicht auch die Pizza Setta, wenn das einer nicht weiss, sagt er, das ist irgendein Gnocchi noch daraus gewesen. Weil die Form der Puppen, die sehen eben auch anders aus als die Krabbeltiere mit den vielen Beinen und den Fühlen und den Augen und so. Das ist noch ein bisschen unverfänglicher als Produkt. Ja, das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir haben das nächste Meeting in einem Kreis von Wissenschaften. Aber da kann jeder Mann, jede Frau daran teilnehmen. Wir haben auch Übersetzungen Deutsch, Englisch dort am 1. September 2016 an der Zürcher Hochschule. Ich würde mich freuen, wenn ihr da in irgendeiner Form dann auch teilnehmen könnt. Wir machen auch einen Ausstellungsbereich dort. Oder eben da am 30. April dieser Kurs, da wäre ich natürlich froh, wenn der richtig bekannt wird. Weil jetzt werden wir wissen, 2020 vielleicht hat Jürgen von uns geschrieben, die erste Insekten. Das ist noch eine lange Zeit. Ich meine, ich bin jetzt schon 57. Ich weiß nicht, wie lange ich noch auf dem Planeten bin. Ich will, dass es jetzt vorwärts geht. Jetzt können wir anfangen. Wir sind ja daran, die jetzt zu züchten. Und jetzt soll auch von der Basis her das entstehen. Wir müssen jetzt nicht warten, bis von oben herab dann der Segen kommt. Sondern wir können jetzt schon anfangen, können diese Tiere züchten. Und das lernen wir da in diesem Workshop. Und die Leute können dort gleich die Zuchtansätze mit nach Hause nehmen und dann gleich loslassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir gehen nachher noch, wenn ihr Lust habt und Zeit noch in die Pilzgarage rüber. Tag. Blog 1992 2 Ob四 5 6 0 7 10 10 Chiffra